Veliev Transport Logistik ist ein dynamisch expandierendes Familienunternehmen. Groß genug, um stabil und zuverlässig zu sein. Klein genug, um flexibel und individuell zu reagieren. Wir sind seit fast 20 Jahren im Geschäft und das macht sich bemerkbar. Langjährige Erfahrung und eine erfolgreiche Teamarbeit sorgen für reibungslose Abläufe. Logistik, Transport und Service. Seit der Gründung in 2002 setzten wir auf ein kontinuierliches Wachstum, um Kundenwünschen gerecht zu werden. Durch Engagement und frische Ideen haben wir namenhafte Kunden und Partner von uns überzeugt. Wir wissen, Bewegung ist wichtig. Nicht nur bei unseren Fahrzeugen, sondern auch was die Anpassung an den Markt angeht. Aktuelle Informationen und kompetente Beratung gehören bei uns stets dazu. Unser motiviertes Fahrpersonal bringt Ihre Ware sicher, pünktlich und zuverlässig ans Ziel. Unser Fuhrpark wird ständig gewartet. Die Fahrzeuge sind auf dem allerneuesten Stand. Wir bieten Ihnen alles von Volumen- und Standardsattelzugmaschinen, Auflieger mit zusätzlichen Rungen, offene Auflieger, Volumenauflieger mit Verbreiterung, Keulmulde und Übergewichtgenehmigung, um nur einige Möglichkeiten zu nennen. Mit uns haben Sie einen starken und zuverlässigen Partner an Ihrer Seite. Schauen Sie gerne bei uns vorbei.